Hallo, dieses Video ist wieder mal so ein berühmt-berüchtigtes, aus vielen kleinen Themen zusammengeschustertes Video, die sonst kein eigenes Video rechtfertigen würden. Hauptthema wird allerdings das hier sein, der Juggernaut Cargobob oder der Cargobob Juggernaut, na wie auch immer. Außerdem wird es nochmal um die gestrige Clickbait-Thematik gehen und überroxt das Geschenk an euch und ich werde euch zeigen, wie ihr mit dem Savage in die Motorhaubenansicht kommt. Weil das viele Leute gefragt haben. Erstmal hier, so kommt ihr mit dem Juggernaut auf den Cargobob. Zur Erklärung, für alle, die das noch nicht wussten. Und an der Seite steht man relativ stabil. Wenn ihr also Bock habt, GTA mal aus einer etwas anderen Perspektive zu erleben und die Sandbox mal wieder voll auszunutzen, dann könnt ihr das hier mal testen. Das ist auf jeden Fall lustig und macht Spaß. Selten hat man jedenfalls einen Juggernaut in GTA Online so mobil erlebt. Und es ist sogar eine relativ effektive Kombo, vor allem gegen Noobs, die davon vollständig überfordert sind. Gegen Tryharder vermutlich nicht so sehr, aber selbst wenn die euch mit einem Lenkraketenwerfer angreifen sollten, sowohl der Cargobob als auch der Juggernaut können mehrere Hits wegtanken. Ihr habt also ein kurzes Zeitfenster, um den Harzkopf am Boden zu belasten. Klingt doch erstmal gar nicht so schlecht. Gefährlich für euch ist allerdings so ziemlich alles, dass mehrere Raketen in schneller Abfolge rausdrücken kann. Das beinhaltet sogar schon ein Bussard, Savage, verschiedene Jets, sogar das Badmobil, der Ruiner, Raketenbike. Vom Prinzip alles, was belastend ist, kann euch kontern. Ihr solltet also ein bisschen vorsichtig sein. Darüber hinaus, der Vorsicht halber, empfehle ich es auch dringend, dass der Pilot und der Schütze an der Seite in einer Organisation sind mit ausgeschaltetem Friendly Fire. Ansonsten kann es durchaus vorkommen, dass Unfälle passieren, wo beispielsweise der Juggernaut aus Versehen irgendwie in die Rotoren des Cargobobs reingebackt wird. Sehr ungesund. Man sollte auch mit den Flugmanövern als Pilot des Cargobobs ein bisschen vorsichtig sein. Zugegeben steht man an der Seite relativ stabil. Wenn allerdings der Pilot einige extreme Flugmanöver an den Tag legt mit starken Neigungswinkeln, kann es vorkommen, dass der Schütze an der Seite ein bisschen zu sehr durchgeschaukelt wird und dann leider den Abgang macht. Der Juggernaut-Zug tankt zwar einiges an Volldamage weg. Ab den Höhen, wo man normalerweise damit rechnet, dass man durch den Fall stirbt, stirbt man allerdings höchstwahrscheinlich auch die meiste Zeit im Juggernaut. Und dann muss man den langen Cooldown abwarten, bis man sich den Anzug neu bestellen kann. Und das ist sehr ärgerlich, also lieber ein bisschen ruhiger fliegen. Ist auch leichter für den Schützen dann zu zielen. Und wie ihr hier seht, ihr könnt das Ganze übrigens auch mit einem Scharfschützengewehr machen, beispielsweise mit Expo-Sniper. Und könnt dann den fliegenden Sniper machen. Auch gar nicht schlecht. Prinzipiell könnt ihr hier oben alle Waffen verwenden, die ihr verwenden wollt. Ihr müsst nur halt darauf achten, dass ihr in First-Person schießt, um genau zu sehen, ob ihr den Cargobob dabei aus Versehen mit anhitten könntet oder auch nicht. Denn es sollte ganz klar sein, den Cargobob mit anzuhitten ist nicht so gut für die Gesundheit. Genauso gut wie runterfallen. Überhaupt nicht gesund. Hier nochmal das Ganze aus der Perspektive des Piloten. Er hat einen simplen Job. Er sorgt dafür, dass der Schütze gescheit auf die Sachen unten schießen kann und vernünftig alles sieht. Der Pilot scoutet dabei nach potenziellen Gefahren, so wie das Batmobil da unten, die dann beseitigt werden müssen. So, kommen wir zur Sicht im Savage. Alles wunderbar, er steht am Strand. Normalerweise hat man diese Cockpit-Ansicht. Könnt ihr dann auf Einstellungen ändern. Geht ihr auf Kamera. Dann bei Motorhaube. Dann macht er die auf An. Dann habt ihr diese Sicht. Ganz einfach. Vorteil dieser Perspektive? Ziemlich simpel. Ihr seht mehr. Ihr habt ein besseres Sichtfeld. Ihr könnt klarer erkennen, wo ihr hinfeuert. Das Ganze hilft euch präziser zu sein. Nachteil. Ihr könnt schwerer abschätzen, wie sich das jetzt gerade mit eurem Savage verhält. Weil ihr keinen Indikator mehr habt für das Cockpit, beziehungsweise die Breite von dem ganzen Ding. Es kann das Manövrieren in der Stadt schwieriger gestalten. Eure Entscheidung, was ihr da benutzen wollt. Jetzt seit dem Savage-Buff bevorzuge ich, glaube ich, die Motorhaube-Perspektive. Nächstes Thema. Rockstar verschenkt aktuell Geld. Es gibt 400.000 für alle, die sich bis zum 6. November in GTA Online anmelden. Hashtag Jubiläum. Vier Jahre GTA Online. Juhu. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Geschenktes Geld ist geschenktes Geld und 400.000 ist nicht wenig. Ausgezahlt wird das dann im Laufe der Woche folgend auf den 6. November. Also ihr bekommt das nicht sofort jetzt fürs Anmelden, sondern erst ein bisschen später. Also geduldet euch. Ihr kriegt es schon noch. Wir haben noch ein Thema, über das wir sprechen müssen und das ist die Thematik des gestrigen Savage-Saturday Nummer 13 und zwar Clickbait und Julex oder Julex oder wie auch immer. Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass meine Intention mit dieser ganzen Veranstaltung nicht war, ihn zu haten bzw. einen Hate-Train gegen ihn zu starten. Ich wollte relativ allgemein, wenn auch am Beispiel von ihm, auf diese Problematik aufmerksam machen. Es gibt noch viel schlimmere Clickbaiter als ihn und von daher, so viel Hate hat er nicht verdient. Da gibt es andere, die haben den noch viel nötiger. Nur ich muss euch leider sagen, ich habe die Befürchtung, dass die geistige Ausgangslage, um solche Kritik überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn darauf zu reagieren und sie zu verarbeiten, bei Enrico Dracul und Standard Timmy No-Sums nicht vorhanden ist. Der Zug ist längst abgefahren. Das kann man zumindest Julex zugutehalten. Er hat sich die Mühe gemacht, ein Statement dazu zu verfassen und sich damit zu beschäftigen und dieses Statement war sogar relativ einsichtig, insofern, dass er zugegeben hat, dass er selbst Clickbait betreibt und in einem gewissen Maße auch, dass misleading Thumbnails ziemlich scheiße sind. Die Frage ist, welche Konsequenzen er für sich jetzt auszieht, ob er sein Verhalten in Zukunft bessert. Das wäre sehr wünschenswert, den könnte ich sogar mit Stolz behaupten, ich hätte die GTA Online Community auf YouTube besser gemacht. Und dann sollte man ihn dafür auch loben, anstatt ihn weiter zu haten. Heißt wohl abwarten. Sollte er sein Verhalten nicht bessern, könnt ihr einen Haken dran machen, dann habe ich es immerhin versucht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.